Herzlich willkommen zu unserem WBSC Skills. Fokusthema August 2020, Windows Autopilot. Und heute geht es um mehr herausholen durch Intune. Es wird viele Demos geben, wir schauen uns viel dort an. Es geht zunächst um die Frage, was ist Microsoft Intune? Welche Optionen habe ich dadurch? Wie manage ich Microsoft Intune? Und welche zusätzlichen Optionen bietet mir Microsoft Intune für die Autopilot Experience? Das ist eine ganz spannende Sache, weil beim letzten Termin, da ging es ja um das Thema Autopilot. Also wenn wir uns die Serie mal so anschauen, wir haben ja gestartet am 3. August mit dem Thema, was ist Autopilot an sich? Dann am 10. August die technischen Voraussetzungen, am 17. August Vorbereitung und Unboxing. Da haben wir uns live mal so das komplette Prozedere angeschaut und dann jetzt heute mehr herausholen durch Intune. Wenn ihr ein der Termine verpasst haben solltet, könnt ihr die jederzeit nachschauen auf YouTube. Geht einfach auf www.youtube.com und da habt ihr zwei Optionen, die ihr am besten beide nutzt. Manfred Helber könnt ihr direkt eingeben, dann landet ihr auf meinem YouTube-Kanal und oder Sven Langenfeld WBSC. Dann seid ihr beim Sven und könnt dann da noch mal reinhören, könnt euch das Ganze noch mal anschauen. Und interessanterweise kam beim letzten Mal gleich die Frage, als ich Autopilot gezeigt habe vom Prozess her, wir haben uns das ja mal angeschaut, was da alles so passiert, von der Hardware-ID, die wir dort als Person in der Rolle des IT-Administrators hochgeladen haben, mit einem Konfigurationsprofil versehen haben und dann letztendlich so ein neues Gerät in Betrieb genommen haben, kam gleich beim letzten Mal die Frage, ist das alles, was Autopilot kann oder geht da noch mehr? Und ich hatte dort gesagt, das ist jetzt wirklich für den Autopilot alles, was dort möglich ist. Das heißt, der Autopilot selbst hat keine erweiterten Optionen oder mehr Optionen, aber Intune gehört eigentlich da immer fest dazu, lizenztechnisch nicht. Also Autopilot geht auch immer Intune, aber für mich ist das ein Package, weil bei Autopilot geht es wirklich um das initiale Konfigurieren des Devices und bei dem Intune geht es dann um das Management, Anpassen von Einstellungen, Bereitstellen von Software und ähnliches. Also von daher, Autopilot-Prozess haben wir kennengelernt, das vielleicht einfach nochmal anschauen, wenn da Informationen fehlen. Uns geht es jetzt heute darum, was können wir mit Intune zusätzlich tun. Also letztendlich genau vom Workflow, so wie wir es in der Praxis tun würden. Wir haben unser Device provisioniert über Intune und jetzt wollen wir mehr damit machen. Jetzt wollen wir zusätzliche Konfigurationen dort vorsehen. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein und wir starten mit der Frage, was ist denn eigentlich dieses Microsoft Intune? Häufig wird es schon falsch ausgesprochen, also das wirklich Intune ohne S. Häufig höre ich da ein Intunes. Intune höre ich auch oft, also das ist aber gar nicht so schlimm, gar nicht so tragisch, wichtig ist zu verstehen, was es macht. Und das ist auch deswegen so wichtig, weil Microsoft lässt sich ja häufig mal neue Namen einfallen. Also Intune ist die Technologie, aber diese Technologie ist mittlerweile zu finden im Microsoft Endpoint Manager. Das werden wir uns gleich anschauen, das werden wir gleich sehen. Trotzdem sprechen wir im Fokus natürlich über die Technologie Microsoft Intune. Und naja, ich dachte mir, bevor ich da lang irgendwas erkläre und dann unter Umständen missverständliche Worte wähle, hole ich mir einfach mal die offizielle Definition von Microsoft. Was ist Microsoft Intune aus docs.microsoft.com? Die Plattform habe ich ja schon öfter empfohlen, da geht es so um die Microsoft Dokumentationen. Und da sehen wir, wenn wir das mal gemeinsam durchgehen, Microsoft Intune ist ein Cloud-basierter Dienst. Das ist schon mal wichtig. Also wir dürfen uns nicht vorstellen, dass wir dort irgendwas lokal installieren. So ein Intune Cloud-basiert. Intune als Teil des Endpoint Managers lässt sich aber durchaus zusammen mit dem System Center Configuration Manager nutzen. Das heißt, es wäre auch eine hybride Bereitstellung denkbar, aber die Technologie, die in der Cloud läuft, ist Intune. Die Technologie, die On-Premises läuft, der System Center Configuration Manager, das muss man nicht beides nutzen. Also ich würde empfehlen, auf Intune zu fokussieren. Denn Intune ist sehr einfach in Betrieb zu nehmen als Cloud-basierter Service. Also ein Cloud-basierter Dienst, der sich auf die Verwaltung mobiler Geräte, MDM, Mobile Device Management, und mobiler Anwendungen, MAM, Mobile Application Management, konzentriert. Das ist wichtig, dass er beides macht, Intune. Denn das mobile Device, das ist ein Windows-Device, oder ein Android-Device, oder ein iOS-Device, oder ein Mac OS X-Device. Die Applikation, die ist zum Beispiel ein Word, ein Excel. Und unter Umständen habe ich in der Applikation ganz andere Möglichkeiten als in der Plattform. Vielleicht brauche ich das auch beides zusammen. Und unter Umständen habe ich die Plattform nicht unter der Verwaltung, weil ich irgendwie ein Use-Your-Own-Device-Szenario habe. Aber ich möchte trotzdem die Application verwalten. Also MDM und MAM, Mobile Device Management, Mobile Application Management. Ja, dann steht hier, dass wir recht flexibel sind. Wir können dort Richtlinien konfigurieren. Das ist ein wichtiges Stichwort. Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir vielleicht Cloud-Only arbeiten, wir haben unsere Windows-10-Devices, und die sind konnektiert ins Azure Active Directory, dann haben wir ja kein lokales Active Directory mehr. Es geht. Wir können eine Hybrid-Konfiguration haben. Habe ich schon mehrfach gezeigt, und haben wir demnächst dann wieder mal geplant, dass wir da was dazu machen. Also das kann Hybrid gehen. Aber wenn ich Cloud-Only arbeite, dann habe ich ja keine klassischen Gruppenrichtlinien mehr. Ist aber nicht schlimm. Ich habe ja hier die Device-Policies und Application-Policies über Intune. So können wir zum Beispiel verhindern, dass E-Mails an Personen außerhalb der Organisation gesendet werden und so weiter. Wir können auch persönliche Geräte nutzen, um die Daten darauf schützen, und die entsprechend zu verwalten. Jetzt kommt es. Intune ist als Teil der Enterprise Mobility und Security verfügbar. Wir haben es aber auch als Teil von Microsoft 365 verfügbar. Und das wäre der Weg, den ich empfehlen würde in den Microsoft 365 Enterprise Plänen und oder dem Business Premium Plan. Da haben wir das Intune entsprechend mit drin für das Device Management. Und auch in dem Microsoft 365 Business Premium Plan ist Intune ohne Einschränkungen enthalten. Also langer Text, der geht doch viel weiter. Ich habe bloß mal die wichtigsten Dinge hier herauskopiert. Und wenn wir uns das von der Architektur anschauen, dann sehen wir, das mobile Endgerät ist hier als Smartphone bzw. Tablet dargestellt. Das kann aber natürlich auch ein Notebook sein. Hier oben in der Cloud haben wir das Microsoft Intune. Das ist unsere zentrale Ausgangsstelle sozusagen oder Anlaufstelle. Wir sehen eine Konnektivität zu Azure Active Directory. Da geht es gerade um das Thema Group Targeting und Device Compliance Results. Dann sehen wir aber zum Beispiel auch, wir haben durchaus eine Konnektivität zum On-Premises Network. Wir sehen hier die Möglichkeit, Apps aus App-Stores zu verwalten und zwar nicht nur Microsoft, sondern auch Apple und Google Play Store. Wir können eigene Apps bereitstellen. Das wollte ich jetzt nicht durchstreichen, sondern markieren. Also von daher einen Strich, den nehme ich mal wieder weg. Das sollte eine Markierung werden. Also eigene Apps sind dort denkbar und möglich. Line-of-Business-Applikationen können wir bereitstellen. Das geht hier mit dem Intune. Wir können die Applikationen verwalten. Wir können das Device verwalten. Wir haben dort also eine sehr, sehr hohe Flexibilität, was die Verwaltung der Geräte angeht. Soweit von der Architektur, soweit von der Definition des Ganzen. Jetzt würde ich vorschlagen, ach, wie es noch wichtig ist, Entschuldigung. Es steht hier eine große Wolke Microsoft Azure und in dieser großen Wolke Microsoft Azure liegt das Intune drin. Und in der großen Wolke Microsoft Azure ist auch das Azure Active Directory, wobei das so ein bisschen herausragt, sehen wir hier. Intune ist da komplett drin, Azure Active Directory ragt da etwas heraus. Beim Azure Active Directory hat das mehrere Gründe. Das Azure Active Directory ist erstmal unsere Basis für die Authentifizierung. Ich erkläre das immer so, sobald ich einen Cloud-basierten Service bei Microsoft nutze, sowas wie ein Exchange Online oder OneDrive for Business oder eben Microsoft Intune, habe ich ein Azure Active Directory und habe letztendlich auch einen Azure Account. Früher mal war Intune eine komplett eigenständige Säule. Mittlerweile wird das als Teil von Azure ja nicht nur betrieben, sondern auch verwaltet. Man sieht das auch schon an der Verwaltungskonsole und das ist gut so. Also das nur von der Architektur her. Jetzt muss man aber keine Sorge haben. Wenn ich als Partner sage, ich kenne mich mit Intune aus oder ich möchte mich bei Intune einarbeiten, ich habe aber so gar keine Berührungspunkte zu Azure, dann komme ich um das Azure Active Directory nicht herum. Da muss ich mich damit beschäftigen, aber ich muss mich jetzt nicht mit den tausenden von anderen Azure Services wie Container, SQL-Datenmark, Virtual Machines und so weiter beschäftigen. Also da keine Sorge haben. Der Microsoft Azure Tenant, also die große Wolke, die hier im Hintergrund liegt, die ist letztendlich nur die Plattform für die Services oder der Container für die Services, die wir hier hineinbuchen. Gut, jetzt kommen wir zu den Optionen. Was kann ich denn mit Intune eigentlich alles machen? Und naja, es gibt bei Microsoft so eine Endkunden-Webseite, die sagt, wir haben eine moderne Geräteverwaltung mit lückenloser Kontrolle. Wir haben die Möglichkeit, andere Plattformen zu verwalten. Wir haben die Möglichkeit, mit dem bedingten Zugriff die Sicherheit zu erhöhen. Wir haben die Information Protection, also den Informationsschutz in Office 365 und so weiter. Da kann man viel, viel lesen. Ich würde aber vorschlagen, wir schauen uns das einfach mal an. Wir schauen uns mal an, was geht denn so alles mit dem Intune? und dazu habe ich uns einmal das Microsoft 365 Admin Center hier geöffnet von unserem Tenant, mit dem wir schon öfter mal gearbeitet haben und wir werden hier jetzt gleich in diesem Tenant einmal in die Admin Center schauen. Die sind ja hier links unten. Falls das Admin Center, das man haben möchte, nicht auftaucht, geht man einfach auf alle Admin Center. Ich habe meins direkt da. Ich möchte nämlich den Endpunkt Manager öffnen. Das hatte ich vorhin kurz erwähnt. Die Funktionalitäten von Intune sind im Endpoint Manager oder im Endpunkt Manager zu finden und da nicht verwirren lassen. Es steht hier oben drüber Microsoft Endpoint Manager. Es wird aber jetzt ganz häufig Intune mal vom Namen her auftauchen. Wenn ich hier zum Beispiel mal auf die Geräte gehe, dann haben wir dort die Situation. Ich habe in meiner Umgebung Windows-Geräte. Ich könnte aber auch Android-Geräte haben. iOS, macOS, Windows Mobile. Gut, Windows Mobile ist dann eher so ein bisschen in der Vergangenheit anzusiedeln, aber wäre noch möglich. Also Android, iOS, iPadOS und macOS und die Windows-Plattform natürlich. Bei mir gibt es hier in Summe sechs dieser Geräte. Dann sehen wir hier, es gibt nach Plattform das Ganze gefiltert und es gibt hier den Bereich des Gerät registrieren. Gerät registrieren, erinnert ihr euch, haben wir uns beim letzten Termin um das hier gekümmert. Wir haben Geräte, IDs hochgeladen. Wir haben dann Bereitstellungsprofile drauf angewendet und hatten somit die Experience, dass das Einrichten eines neuen Devices wirklich nur noch wenige Mausklicks sind. Da unten taucht schon mal Intune auf. Das haben wir uns nicht angeschaut. Der Intune Connector für Active Directory. Der wäre wichtig, wenn wir so eine Hybrid-Konfiguration haben, die ich vorhin auch erwähnt habe. Jetzt sehen wir allerdings schon, mit Intune geht es weiter. Mit Intune habe ich hier nicht nur die Windows-Geräteregistrierung, das wäre isoliert der Autopilot, sondern eine Frage, die wirklich ganz häufig kam in den Terminen. Ich habe auch die Apple-Registrierung. Ihr habt nämlich ganz häufig die Frage zu Autopilot, geht das auch für iOS oder Android? Naja, das nennt sich dort nicht Autopilot, aber es gibt auch für iOS einen automatischen Onboarding-Prozess und es gibt auch für Android einen automatischen Onboarding-Prozess. Das würde uns dann das Intune machen. Das heißt, was wir an der Stelle schon mal festhalten können, zu Intune. Es ist letztendlich eine Verwaltungslösung, nicht nur für die Windows-Plattform und wenn es um die Frage geht, was kann ich dort zusätzlich machen, was bietet das mir an Mehrwerten, dann ist es ganz klar der Punkt, dass ich eben nicht nur Windows-Devices automatisiert bereitstellen kann, sondern eben auch Geräte, die letztendlich in unserem Azure Active Directory genutzt werden, die andere Plattformen ausführen. So, jetzt schalten wir aber zurück in die Live-Demo. Geräte registrieren waren wir. Können wir zum Beispiel mal reinschauen, wenn ich reinschaue in die Apple-Registrierung, dann sehe ich dort, da kann ich die entsprechenden Zertifikate hinterlegen, den Konfigurator festlegen und schon geht es dort auch mit der automatischen Konfiguration los. Dann haben wir die Android-Registrierung, wo ich entsprechend das über die Google-Funktionalität machen könnte. Dann gibt es ja aber auch Registrierungsbeschränkungen. Ich könnte hier Einschränkungen erstellen und könnte sagen, ich möchte zum Beispiel bestimmte Gerätetypen einschränken. Also, ich könnte hier sagen, Device Restrictions. Dann gehe ich auf Weiter und ich könnte sagen, ich möchte, das ist hier in der Darstellung nicht ganz perfekt, da seht ihr so eine Zeile hier. Ich könnte hier mal sagen, ich möchte eine bestimmte Plattform zwar zulassen, aber ich möchte einen zulässigen Bereich festlegen. Das bedeutet also mindestens Version X, maximal Version Y, damit ich sicher gehen kann, dass ein Gerät nicht zu alt ist, dass ich das auch vollständig verwalten kann. Ich könnte natürlich auch sagen, ich möchte nicht, dass vielleicht ein Mac OS überhaupt registriert wird. Wir machen zwar iOS, aber für die Geräte ansonsten Windows. Das heißt, das kann ich hier über die typischen Schalter pflegen. Ich kann die Gerätehersteller bei den Android Devices pflegen. Ich sage, es sollen hier nur gewisse Hersteller möglich sein. Also das hier bei den Einschränkungen, das ist natürlich perfekt, wenn wir ein Bring-Your-Own-Device-Szenario haben. Also wenn hier der Mitarbeiter vielleicht selbst entscheiden darf, welches Gerät er nehmen möchte, dann können wir hier doch die Rahmenbedingungen vorgeben an der Stelle. Das ist die Geräteregistrierung. Das möchte ich jetzt nicht bis zu Ende durchführen, weil diese Assistenten, auch wenn sie im ersten Moment sehr einfach erscheinen, können wir dadurch sehr viel Zeit letztendlich hineinstecken in die Konfiguration. Und das kennt ihr ja immer von unseren Webcasts. Die Stunde, die ist dann immer ganz schnell vorbei. Also Geräte registrieren. Dann gibt es aber zum Beispiel bei den Geräten auch so etwas wie Konformitätsrichtlinien, bedingter Zugriff, Konfigurationsprofile. Ich kann hier zum Beispiel festlegen, ein Gerät ist nur konform wiederum, wenn bestimmte Sicherheitsstandards gelten, wenn bestimmte Versionen installiert sind. Über den bedingten Zugriff könnte ich erreichen, dass ein Gerät nur auf mein Netzwerk zugreifen kann, wenn es bestimmte Voraussetzungen erfüllt, BN-Scanner aktuell, Windows aktuell gepatcht und solche Dinge. Und bei den Konfigurationsprofilen, dort kann ich Konfigurationen für meine Devices vornehmen. Da sehen wir, da gibt es schon so ein paar Beispiele, die ich erstellt habe. So ein Konfigurationsprofil kann ich für unterschiedliche Plattformen erstellen. Das kann ich erstellen für Windows 10 und höher, Mac OS, iOS, Android kann ich das entsprechend vornehmen. Jetzt machen wir das mal für Windows 10 und höher. Und ich hätte gerne ein Profil. Ich könnte nämlich jetzt sagen, ich möchte gerne Geräteeinschränkungen definieren. Das war, glaube ich, konkret eine Frage, die wir auch letztes Mal im Bereich Autopilot hatten. Wo es dann um die Frage ging, kann ich denn jetzt irgendwelche Dinge für das entsprechende Gerät konfigurieren? Ich mache hier mal bei Name ein Win 10 Device Limits rein. So soll die Richtlinie heißen. Dann schauen wir mal, App Store können wir beeinflussen. Mobilfunk und Konnektivität. Datenroaming möchte ich zum Beispiel nicht zulassen. VPN über Mobilfunknetz, ja das geht. VPN Roaming möchte ich blockieren. Dienste für verbundene Geräte. Ja, passt automatische Verbindung mit WLAN Hotspots herstellen. Könnte ich Bluetooth konfigurieren. Bluetooth Nahbereichsverbindungen könnte ich konfigurieren. Dann könnte ich zum Beispiel Systemsteuerung und Einstellungen mal reingehen und sagen, wie schaut es denn aus mit den Konten. Das möchte ich vielleicht nicht, dass da was verändert wird. Die Systemzeit soll auch nicht geändert werden können. Ihr werdet einige Einstellungen wiederfinden, die ihr von den klassischen Gruppenrichtlinien kennt. Hier halt viel moderner aufgemacht und eine andere Technologie. Dann haben wir hier das Bereich Anzeigen. Dann gesperrter Bildschirm zum Beispiel. Was darf das Infocenter dort anzeigen? Wie schaut es mit den Proxy-Einstellungen aus? Das ist ja auch so etwas, was der einzelne, der Standard-User unter Umständen vielleicht nicht ohne weiteres konfigurieren kann, weil das etwas Technischeres ist. Für uns ist das etwas ganz Selbstverständliches, dass wir, wenn ein Proxy vorhanden ist, den eintragen. Aber dem Anwender könnten wir hier Entlastung bieten, wenn wir sagen, wir konfigurieren das automatisch. Dann Personalisierung, Drucker, Projektion und solche Dinge. Berichterstellung und Telemetrie können wir Einfluss nehmen. Microsoft Defender Smart Screen für den Edge möchte ich gerne haben. Zugriff auf beschädliche Websites möchte ich blockieren. Download nicht überprüfte Dateien. Das kennt ihr vielleicht. Da habe ich schon öfter Live-Demos dazu gemacht und letztendlich gezeigt, wie leistungsfähig der Defender ist, allein schon durch den Smart Screen Filter. Ich hatte in meinen Live-Demos immer gezeigt, dass ich als lokaler Admin diese Defender Security umgehen kann, aber mit sehr vielen Klicks. Der Defender sagt mir, da ist etwas nicht in Ordnung. Ich lasse das nicht zu. Wenn ich aber lokaler Admin bin, habe ich die Macht über System. Ich kann an der Stelle sagen, okay, du sagst es nicht gut, ich möchte es aber trotzdem. Dann hat der Defender Smart Screen immer gesagt, ja, tut das aber nicht gut, was du da machst. Ich blocke das. Dann musste ich sagen, ich will das aber trotzdem. Dann hat der Defender den Zugriff erlaubt und hat gesagt, da habe ich aber eine Schadsoftware gefunden. Ich musste also dreimal den Defender übergehen, was ich aber mit entsprechenden Rechten tun kann. Das geht jetzt nicht mehr, wenn ich das hier blockiere. Wenn ich hier sage, du hast keinen Zugriff auf diese Einstellungen, das trifft auch auf den Admin zu und hier zum Beispiel Defender Antivirus, könnte man dann sagen, Echtheitsüberwachung aktivieren, alle Downloads überprüfen, dann so Dinge wie Endbenutzerzugriff auf Defender, vielleicht blockieren, CPU-Limit für Defender, Archivdateien überprüfen, eingehende E-Mails überprüfen, bei vollständiger Überprüfung auch die Wechseldatenträger und so weiter, Schutz in der Cloud aktivieren. Das ist ja bei Microsoft 365 entsprechend auch erweitert mit drin. Da sehen wir, da geht sehr, sehr viel an dieser Stelle, was wir einstellen können. Und das ist einfach ein großer Vorteil von dem Microsoft Intune, wenn wir es zusätzlich verwenden. Jetzt könnte ich hier eine Gruppe auswählen, könnte sagen, ich möchte das auf Benutzer anwenden, auf Geräte oder auf Benutzer und Geräte oder ich wähle hier dann Gruppen aus, die ausgewählt sind, hier unten die ausgeschlossen sind. Das können wir, ich könnte jetzt zum Beispiel mal sagen, die Autopilot On Devices, die wähle ich aus und die bekommen zusätzlich diese Konfiguration hinzugefügt. Wir könnten da noch Regeln definieren, die das Ganze filtern und durch ihn erstellen habe ich jetzt eine Policy, die auf diese Devices wirkt, die uns eine ganze Menge zusätzliche Einstellungen darauf anwendet. Und das sind, wir hatten jetzt eine ganz kleine Ausschnittsoption gesehen bei den Konfigurationsprofilen. Hier waren wir ja drin, wir hatten gesehen beim Profil erstellen, allein nur bei dem Windows 10 und höher gibt es ja administrative Vorlagen, Benutzer definiert, Domainbeitritt, E-Mail, Editionsupgrade und Moduswechsel, Endpoint Protection, Freigegebene Geräte, Geräteeinschränkungen, Geräteeinschränkungen, Windows 10 Team, Identity Protection, Zertifikate, Kiosk, Windows Defender, ATP und so weiter. Also da bleiben, glaube ich, kaum Wünsche offen. Falls doch, haben wir hier oben immer die Möglichkeit, über das Fragezeichen Feedback zu geben. Das mache ich jetzt hier nicht, um hier nicht rauszufliegen. Und ähnlich ist es, wenn ich mir sowas anschaue wie ein iOS. Wenn hier mal eine Funktionalität nicht auftaucht, wenn ich zum Beispiel auf die Geräteeinschränkungen gehe, dann ist das nicht, weil Microsoft das grundsätzlich nicht kann, sondern häufig ist es so, dass einfach die Optionen in den unterschiedlichen Geräteplattformen auch unterschiedlich ausgeprägt sind. Das heißt, nicht jede Plattform bietet die gleichen Funktionalitäten. Coole Sache. Wichtig an der Stelle, dokumentieren. Ich habe da mal schnell so eine Richtlinie durchgeklickt mit ein paar Einstellungen, um euch ein Gefühl dafür zu geben. Wenn man sowas in der Praxis macht, hatte ich schon ganz häufig die Anfrage, oh, jetzt habe ich so eine Policy gelöscht. Irgendwie ist die Einstellung aber nicht weg. Ja, so ist es bei Richtlinien. Das war auch bei den Gruppenrichtlinien schon. Wenn wir eine Richtlinie entfernen, dann bleiben die Einstellungen stehen, die wir definiert hatten. Das heißt, was ich letztendlich tun muss, ich müsste hier diese Richtlinie nehmen und ich darf die eben nicht löschen, sondern ich müsste diese Richtlinie dann bearbeiten und müsste ein Gegenteil konfigurieren. Oder den Wert neutralisieren. Also, dass ich sage, ich möchte das eben nicht mehr erzwingen, sondern ich möchte es freilassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst kommen wir da sehr schnell in Teufels Küche. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass das, was ich dort mal schnell konfiguriert habe, in einer isolierten Umgebung stattfindet. Das heißt, meine Test-Policies, meine Demo-Policies wirkt nie auf meine produktive Umgebung, weil allein hier beim Präsentieren, wenn ich nicht jede Einstellung sofort überdenke und dokumentiere, könnte es einfach dazu führen, dass man sich selbst Restriktionen schafft, die man dort nicht haben möchte. Also von daher das sauber dokumentieren, da einfach schauen, dass die Richtlinien entsprechende Beschreibungen haben. Dann ist das aber, denke ich, eine tolle Sache, was wir in diesem ganz kleinen Ausschnitt gesehen haben. Das waren Prozent bei den Konfigurationsrichtlinien von dem, was Intune kann. Da geht noch viel, viel mehr. Und eben im Gegensatz zu den Gruppenrichtlinien im Active Directory gehen diese Konfigurationsprofile hier auch für Non-Windows-Devices. Coole Sache. Wir müssen sie bloß nach Geräteplattform entsprechend filtern. Gut, dann können wir hier Skripts konfigurieren. Wir haben ja immer mal Dinge, die vielleicht nicht in der klassischen GUI verfügbar sind. Dann hätten wir die Möglichkeit, das zu automatisieren. Wir können Windows 10 Update-Ringe verwalten. Das ist ein wichtiges Thema. Das soll jetzt nicht mein Name stehen, sondern Windows 10 Update nenne ich das mal. Jetzt kennt ihr das ja mit Windows as a Service, dass wir kontinuierlich neue Versionen erhalten von Microsoft. Das heißt, ich brauche, wenn ich ein Windows 10 Pro Device habe, jetzt keine Subscription oder sowas, sondern die neuen Versionen sind jeweils dabei. Jetzt kann ich in den Gruppenrichtlinien schon bestimmte Einstellungen vornehmen. Ich kann hier mal mein Gerät gpedit.msc aufmachen. Mache ich mal den lokalen Richtlinien-Editor. Das ist jetzt die lokale Richtlinie von meinem Rechner, an dem ich hier gerade sitze. Da habe ich die administrativen Vorlagen, da habe ich Windows-Komponenten und dort habe ich Windows Update. Und bei Windows Update gibt es das Windows Update für Unternehmen, Windows Update for Business. Da könnte ich jetzt hier festlegen, Zeitpunkt für den Empfang von Vorabversionen und Funktionsupdates auswählen. Das sind diese neuen Versionen. Wenn ich das konfiguriere, könnte ich sagen, ich möchte in den Semi-Annual Channel, also ich möchte neue Versionen erhalten von Microsoft. Ja, das möchte ich gerne haben. Aber ich möchte die zunächst mal eine Zeit lang zurückstellen. Ich hätte die nicht gerne sofort. Also Microsoft veröffentlicht eine neue Version, wo man sich darauf verlassen kann, dass noch am gleichen Tag irgendjemand irgendwo schreibt, dass irgendwas nicht funktioniert. Sagt man sich immer, warum hat das Microsoft nicht ausprobiert? Microsoft testet das sehr viel und die Windows Insider unterstützen Microsoft beim Testing. Aber man muss sich einfach immer mal vorstellen, ich als Windows Nutzer kann ein x86-kompatibles Gerät von einem beliebigen Hersteller mit einer beliebigen Netzwerkkarte, mit einer beliebigen Grafikkarte, mit einem beliebigen Bildschirm, mit einem beliebigen Drucker koppeln. Das ist das, wie ich es gewohnt bin. Das heißt, es gibt Millionen von Konfigurationen weltweit, die sich alle ein bisschen unterscheiden. Und da muss nur ein Hersteller einer Gerätekomponente etwas, sagen wir mal, schlampen und die neue Windows-Version für sein Gerät nicht testen. Und schon habe ich als User dieser Geräte, dieses Herstellers ein Problem. Weil für die Gerätetreiber und die Kompatibilität dieser zu den jeweiligen Windows-Versionen sind immer die Gerätehersteller verantwortlich und nicht Microsoft. Das ist auch klar so definiert. Das heißt, die Gerätehersteller müssen das machen. Manche machen das sehr gut, manche machen das weniger gut. Manche machen das auch sehr gut, haben aber irgendwo mal einen Ausreißer, wo es da nicht so gut funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde immer empfehlen, das Update halt einfach nicht sofort zu installieren. Also ich höre es sowieso ganz oft im Gespräch. Mensch, ich brauche nicht alle sechs Monate eine neue Windows-Version. Wir bekommen sie nun mal. Ich finde es auch toll, weil wir immer up-to-date sind. Aber es spricht zum Beispiel gar nichts dagegen, hier eine 60 einzutragen. Dass ich sage, ich möchte meinen Empfang für dieses Gerät, was für mich wichtig ist. Ich mache hier meine Webcasts, ich mache hier meine Videoaufzeichnungen, ich mache hier mein Livestreaming. Ich möchte hier das Empfangen von aktuellen Versionen um zum Beispiel 60 Tage verzögern. Geht in der lokalen Richtlinie, das geht in der zentralen Gruppenrichtlinie, wenn wir ein lokales Active Directory haben. Und worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, das geht hier auch über die Windows 10 Updatering-Bereitstellung. Der Semi-Annual Channel ist der halbjährliche Kanal, je nachdem, ob ich es Deutsch oder Englisch habe. Ja, ist hier ein kleiner Unterschied. Und jetzt ist eben das Schöne, ich kann Funktionsupdates, das sind die neuen Windows-Versionen, die kann ich verzögern. Und zwar hier für einen Pool von Devices. Ich lege gleich fest, auf wen ich das anwende. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, diese 60 Tage. Da kommt häufig die Frage nach einer pauschalen Empfehlung. Die kann ich nicht geben. Weil die pauschale Empfehlung würde lauten, bitte installiert eine neue Windows-Version, wenn ihr die in der konkreten Konfiguration getestet habt. Das bedeutet also, wenn ich eine Situation habe, dass ich sage, meine Kunden bekommen immer Geräte vom Hersteller A und Drucker vom Hersteller B und nicht vom Hersteller C oder D, dann würde ich dieses Setup halt einmal testen. Und wenn ich damit erfolgreich bin, würde ich das an die Kunden ausrollen, würde ich das den Kunden anbieten. Er sagt, boah, das ist ja alles Arbeit, die ich zusätzlich habe. Ja, würde ich den Kunden auch nicht kostenfrei anbieten, sondern ich würde den Kunden da so eine Art Management- und Wartungsvertrag anbieten. Sie haben ja auch mit Microsoft 365 und Intune eine Subscription. Wenn es ein Kunde nicht will, hat er trotzdem einen Vorteil, wenn ich sie um ein paar Tage verzögere, weil einfach dann ja letztendlich diese Meldungen aufkommen, oh, da funktioniert was nicht, da funktioniert was nicht und die Gerätehersteller dann entsprechend drauf reagieren. Es gab auch bei Microsoft schon wirklich Probleme mit einem Update, wo es dann plötzlich alle getroffen hat. Also ich weiß nicht mehr genau, welche Version es war, aber bei dem 1909 oder 1903 gab es Profilprobleme. Da konnte es also passieren, völlig unabhängig von der Hardware, dass plötzlich ein Profil dann ein Problem hatte und nicht mehr geladen werden konnte. Das ist aber auch so. Wenn ich dort letztendlich das Update auf die neue Version verzögert habe, dann konnte ich feststellen, oh, dieses Problem gibt es, entweder weil ich selber getestet habe oder weil ich plötzlich in den IT-Fachmedien drüber rede und dann kann ich ja entscheiden, schaffen wir das, das in den 60 Tagen zu lösen? Schafft es Microsoft oder muss ich die Verzögerung erhöhen? Gut, dann haben wir hier eine Frage. Sind die Policies alle Bestandteile von Intune, also alle nur im Rahmen von Mobile Device Management nutzbar oder ist das der GPO-Ersatz von Azure im Allgemeinen? Gibt es auch User Policies? Ist damit alles machbar, was auch mit GPOs geht und noch mehr? Naja, das ist jetzt so eine Pauschalfrage, die ich nicht mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern es ist so, dass ich muss in mehrere Teile zerlegen. Also das, was ich gerade zeige mit diesen Richtlinien-Einstellungen ist in der Form nur Bestandteil, wenn ich Intune habe. Das heißt, ich müsste entweder Intune über die EMS haben oder Intune über ein Microsoft 365 Enterprise oder ein Microsoft 365 Business Premium Paket. In diesen Intune Policies, die ich hier verwende, habe ich letztendlich, da mich aber bitte nicht nachzählen und festnageln, aber so von meiner Erfahrung heraus viel mehr Möglichkeiten als mit klassischen Gruppenrichtlinien. Es ist aber nicht das Gleiche. Das heißt, der technische Mechanismus dahinter ist schon mal etwas anders. Und es ist auch so, dass wir sicher irgendwo mal feststellen werden, da habe ich eine GPO-Setting und keine entsprechende Policy-Option unter Intune. In viel mehr Fällen werden wir aber feststellen, oh, da habe ich jetzt in meinen Device Policies über Intune erweiterte Möglichkeiten, die ich mit klassischen Gruppenrichtlinien-Objekten nicht habe. Bedeutet also aus meiner Sicht das, was wir uns gerade anschauen, viel mächtiger und moderner als klassische Gruppenrichtlinien. Es lässt sich aber in Kombination nutzen. Wir müssen da nicht ein Entweder-Oder machen, sondern in einer hybriden Konfiguration können wir lokale Gruppenrichtlinien und diese Device Policies nutzen. Und da haben wir schon gleich eine unabhängige Anschlussfrage. Werthöre Priorität, Gruppenrichtlinie oder Intune? Wie immer bei Richtlinien geht es um die Verarbeitungsreihenfolge. Also es gibt ja Bereiche, wo wir erst mal gar keine Überschneidungen haben, nämlich bei den Dingen, die es isoliert nur in den lokalen Policies gibt oder in den entsprechenden Intune-Policies. Aber wenn es eine Überschneidung gibt, wie hier zum Beispiel der Rückstellungszeitraum in Tagen, den hatte ich ja gerade in der lokalen Richtlinie gezeigt und den gibt es natürlich auch in der Active Directory-Richtlinie und den gibt es auch hier. Dann ist es wie immer bei den Richtlinien eine Frage der Verarbeitungsreihenfolge. Als erstes wird die lokale Policy verarbeitet. Wenn ich also in der Policy lokal meines Devices 30 Tage einstelle, dann werden diese 30 Tage geschrieben. Jetzt habe ich in einer Gruppenrichtlinie im Active Directory 60 Tage stehen. Dann werden die 30 Tage durch 60 Tage überschrieben. Und wenn ich jetzt hier 90 Tage reinschreibe, dann werden die 60 Tage nach den 90 Tagen überschrieben. Und jetzt kann ich in der Domäne und auch hier in Intune mehrere Policies haben, die sich widersprechen. Und in der Domäne gibt es genauso wie hier in Intune eine Verarbeitungsreihenfolge. Die Richtlinie, die als letztes kommt, schreibt den Wert und dieser bleibt stehen. Es sei denn, der vorherige Wert wurde als mandatory gesetzt. So was geht auch. Ich kann durch eine Richtlinie einen Wert anwenden und den als nicht überschreibbar kennzeichnen. Da haben die nachfolgenden Richtlinien, obwohl sie, sagen wir mal, höhere Priorität haben, weil ihr Wert ja eigentlich stehen bleibt, keine Möglichkeit mehr, weil dieser Wert nicht ersetzt werden kann. Also da wurde nichts neu erfunden an der Stelle. Was aber wichtig ist, häufig komme ich in Umgebungen, wo die Gruppenrichtlinienverarbeitung ewig dauert. Das ist aus genau solchen Gründen, wie ich gerade beschrieben habe. Ich habe lokalen Wert 30, dann wird ersetzt durch den Wert 60 und dann vielleicht nochmal durch den Wert 45. Das ist immer schlecht, weil jeder dieser Werte muss ja verarbeitet werden. Wenn ich sage, ich möchte den Wert 90 stehen haben, dann setze ich den im Idealfall nur hier und lasse alle anderen als nicht konfiguriert, weil ein Wert in der Policy, also wenn ich 10 Policies habe, die nicht konfigurierten Werte haben keine Auswirkung auf die Performance. Aber jeder Wert, wo eine Einstellung drin ist, hat Auswirkungen auf die Performance, egal ob der positiv oder negativ oder groß oder klein ist. Und deswegen sollte man das aus Performancegründen vermeiden, dass man hier so hierarchische Konzepte hat, sondern man sollte es einfach sauber durchplanen. Ich darf natürlich ein hierarchisches Gruppenrichtlinienmodell oder überhaupt Richtlinienmodell haben, aber alle Werte, die ich auf einem bestimmten Level nicht brauche, sollte ich dort auf nicht konfiguriert lassen. Gut, ach ja, jetzt hatte ich in der vorherigen Frage noch eins übersehen. Gibt es auch User Policies? Ich kann bei den Richtlinien, das sehen wir jetzt gleich, wenn ich mal weitergehe auf dem nächsten Schritt beim Zuweisen sehen wir das. So, jetzt schauen wir mal rein. Also 90 Tage, kommen wir nochmal zurück zur Verzögerung und dann geht es um die Zuweisung. Also sowas würde ich empfehlen zu konfigurieren. Ihr wisst am besten, welcher Zeitraum sich dann für euch anbietet. Auch die Qualitätsupdates könnten wir verzögern, da würde ich sie ja nicht machen. Da geht es ja um Security Hotfixes und Ähnliches. Dann geht es um die Frage, wie ist das automatische Update-Verhalten? Das kann ich hier steuern. Was ist die Nutzungszeit? Wie ist es mit der Neustart überprüfen? Wer darf Windows-Updates anhalten? Darf der User manuell nach Windows-Updates suchen? Dann, wie schaut es aus? Brauche ich den User für diese Neustart-Genehmigung? Wie lange werden dann Informationen angezeigt, wenn der Rechner neu startet? Und solche Dinge. Also lässt sich recht weitreichend steuern und auch das ist wieder nur ein kleiner Ausschnitt. Und jetzt geht es ja um die Frage, wer bekommt diese Richtlinie zugewiesen? Bestimmte Benutzer, also ich habe hier alle Benutzer oder alle Geräte. Ich könnte aber natürlich auch sagen, ich möchte eine Gruppe auswählen, die ich definiere, in der sich Benutzer oder Computer finden. Das heißt, diese Policy lässt sich anwenden auf Benutzer und oder auf Devices. Jetzt das Windows-Update ist ganz klar eine gerätebezogene Einstellung, aber es wirkt dann halt auf die Benutzer, die sich an einem bestimmten Gerät anmelden. Also lässt sich machen. Von daher User-Policy-Optionen gibt es hier auch. Habe ich gerade entsprechend etwas erstellt und zugewiesen. Und dann ist die Frage und ist für Azure immer Intune notwendig, um Device-Policies zu benutzen. Werden Azure Intune-Policies auch mit GP-Update-Force verarbeitet, wenn eine Maschine in Azure ist? Wir brauchen, das hatte ich versucht vorhin schon klar zu machen, um diese volle Funktionalität zu haben. Also wir können auch in einem Azure Active Directory Premium gewisse Richtlinien definieren, wo wir kein Intune dazu brauchen. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was ich gerade hier live zeige. Was ich hier gerade live zeige, das sind die Funktionalitäten, die ich habe, wenn Intune zur Verfügung steht. Und das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr sagt, ich habe On-Premises, brauche ich einen Windows Server mit Active Directory Domäne zur Verarbeitung von Gruppenrichtlinien? Ja, brauche ich ganz unbedingt. Wenn ich den nicht habe, kann ich lokal ein bisschen was mit Policies machen, und ich habe da sogar die Einstellungsoptionen, aber ich habe halt keine zentrale Instanz dafür. Also die zentrale Instanz für das Steuern und Management ist das Intune und User Policies gibt es dort entsprechend auch. Gut, Windows 10 Feature Updates würden wir hier sehen. Dann gibt es ja auch noch Richtlinien für iOS, Registrierungsbeschränkungen und so weiter. Und natürlich immer Hilfe und Support mit dabei. Wenn ihr also jetzt feststellt, oh, da komme ich nicht weiter, da habe ich ein Problem, dann könnt ihr hier die Support-Aption entsprechend nutzen. So, jetzt waren wir bei den Geräten. Ihr seht, das ist ein kleiner Ausschnitt von dem großen Bereich im Intune, weil es geht hier noch weiter in die Apps. Ich kann hier Apps nach Plattform erst mal auswählen. Dann habe ich die Möglichkeit, Richtlinien für Office-Apps zu definieren. Ich kann App-Konfigurationsrichtlinien festlegen. Habe die Möglichkeit, also dort Einstellungen festzulegen. Jetzt gehen wir mal in Richtlinien für Office-Apps rein. So, dauert ganz kurz, bis er da bereit ist. Und wir könnten mal so eine Richtlinie erstellen. Und jetzt könnte ich hier sagen, ich möchte hier für einen bestimmten Typ eine Richtlinie, eine Office-Pol01 möchte ich festlegen, diese Richtlinienkonfiguration gilt für Benutzer oder diese Richtlinienkonfiguration gilt für Benutzer, die mithilfe von Office-Web-Apps anonym auf Dokumente zu greifen. Ich möchte es gerne mal für Benutzer. Dann hätte ich gerne eine Gruppe, nämlich All Users und dann kann ich anfangen zu konfigurieren. Es dauert jetzt einen Moment, bis das geladen ist. Dann sehen wir also, es geht weit über das Device hinaus. Wir können jetzt hier zum Beispiel Standard-Dateiformat für Access festlegen. Wir können Link-Farbe festlegen für Access. Wir können festlegen, wir sehen hier 105 Seiten, 2096 Richtlinien. Ich könnte jetzt hier mal sagen, ich suche einfach mal nach der Anwendung enthält Word. Dann sehen wir, jetzt haben wir die entsprechenden Einstellungen für Word und selbst da gibt es 276 Richtlinien. Also wir können unser Office, müssen wir uns mehr oder weniger vorstellen, vollständig managen, vollständig konfigurieren an der Stelle. So, dann sehen wir, das Ganze geht auch für iOS, das Ganze geht auch für die entsprechenden App. Schutzeinstellungen für Android und so weiter. Also wir haben die Geräte, wir haben die Apps und wir haben den Bereich der Endpunktsicherheit. Wo wir definieren können, Baselines, wo wir konfigurieren können, den Antivirus, da gibt es schon die Defender Policy 01, die ich hier habe, wo ich sehen kann, wie ist es denn mit den Plattformen, wo ist dort eventuell schon ein Regelverstoß vorgekommen und ähnliches. Die Firewall haben wir, den Kontoschutz, den bedingten Zugriff hier nochmal, den ATP. Das ist hier etwas, was häufig gefragt wird, wie manage ich denn mein Defender zentral. Da haben wir letztendlich die Berichte, wo wir die Kompatibilität und die Endpunktanalyse auswählen können und dann war ja vorhin schon die Frage, wie ist es denn mit der Zuweisung Benutzer und Gruppen, das können wir dann hier entsprechend steuern, weil sehr viele der Zuweisungen gehen über Gruppen, wo wir dann letztendlich die Benutzer zuordnen. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf die Geräte und ich habe ja vorhin die Konfigurationsprofile gehabt und wir haben hier die Windows 10 Device Limits ausgewählt und dann sehe ich hier letztendlich haben wir die Zusammenfassung und ich sehe hier zugewiesen Ja, zugewiesene Gruppen, welche sind dort entsprechend zugewiesen, welche Benutzer, welche Devices und ich habe hier irgendwo einen Konflikt, das müsste ich mir mal anschauen, da sagt er mir, da gibt es auf einem Gerät einen Konflikt und auf zwei Geräten ist der Bereitstellungsstatus ausstehend, Entschuldigung, da war ich ein bisschen zu schnell, ich gehe nochmal auf die Profile, so, dieses wollten wir, da habe ich meinen Konflikt, dann sehe ich also, die Zuweisung ist hier zum Beispiel bei der VM847 ausstehend, da gehe ich jetzt mal drauf und dann sehe ich hier, dieses Gerät könnte ich synchronisieren und dann steht hier Intune wird versuchen, sich mit diesem Gerät einzuchecken und so weiter, falls der Vorgang erfolgreich ist, werden aktuellen Aktionen oder Richtlinien mit dem Gerät synchronisiert, möchten Sie fortfahren, Ja, das ist nämlich letztendlich die Antwort auf die Frage, die hier kam, dass ich das mit dem GP Update noch nicht beantwortet habe, vollkommen richtig, denn bei dem Intune geht es ein bisschen anders, das heißt, ein Erzwingen, das kann ich natürlich auch global machen, mache ich über das Intune Portal, in dem das dort angewendet wird auf das Device, GP Update Force zieht letztendlich weiterhin die lokalen Richtlinien. Genau, also wir würden es über das Portal synchronisieren, auch beim Autopilot, das hatten wir das letzte Mal gesehen, werden Geräte dann synchronisiert. So, dann haben wir, also ich hoffe, das beantwortet die Frage, sonst gerne nochmal nachfragen. Wenn ein PC in einer lokalen AD ist und via Intune verwaltet werden soll, früher wurde ein Intune Agent installiert, eine Aufnahme in Azure AD war nicht notwendig, das geht heute nur noch mit Azure AD beziehungsweise Hybrid AD. Das ist richtig, viele der Dinge, die ich gezeigt habe im speziellen Autopilot ist nur möglich, wenn das Gerät exklusiv im Azure Active Directory ist oder wenn es Hybrid Joint ist. Jetzt sehe ich da eigentlich keinen Nachteil, sondern eher Vorteile, weil das Ganze viel besser zusammenarbeitet, es sind keine getrennten Welten, aber es ist richtig, ich könnte nicht sagen, ich habe, das ist falsch, Entschuldigung, ich muss ein Stückchen zurück, ich könnte nicht sagen, ich habe den vollständigen Funktionsumfang, den ich gezeigt habe und ich habe mein lokales AD und mein Azure Active Directory getrennt. Es geht aber natürlich durchaus, dass ich diese Device Policies verwende, also ich habe zum Beispiel bei mir hier einen Rechner, habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber das kann ich mal spontan kurz laden. Da brauche ich bloß eine VPN-Verbindung, dass ich da hinkomme, die mache ich mal kurz, hoffe ich mal, dass das alles glatt geht und dass ihr mich dann weiterhin gut hören könnt. So, jetzt habe ich eine VPN-Verbindung, da wo ich hin möchte und ihr seht gleich eine virtuelle Maschine und auf dieser virtuellen Maschine da habe ich Folgendes gemacht, ich habe hier einen Client01 und in dem Client01 sehen wir, dass ein mhdmoLab Administrator angemeldet und das mache ich jetzt auch mal, dass ich mich authentifiziere, melde sich am lokalen AD an und der ist jetzt nicht irgendwie Cloud-Connected oder so, das heißt, der ist nicht im Azure Active Directory ursprünglich, der ist im lokalen AD, der ist auch kein Hybrid-AD konfiguriert. Was ich aber hier gemacht habe bei den Konten, ich habe bei auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen, habe ich in dem Fall den User Hans hinzugefügt, hans-at-manfred-helber.de Durch das Verknüpfen mit dem Arbeits- oder Schulkonto ist es so, dass es jetzt von der manfred-helber.de Cloud-Azure Active Directory Domäne gewisse Verwaltungsoptionen auf dem Gerät und in den Applikationen gibt. Das heißt, mein AD ist entkoppelt, da gibt es kein AD Connect oder sowas zwischen der lokalen Domäne und dieser Domäne hier. Das ist aber jetzt nicht das Vorgehen, was ich empfehlen würde. Das würde man vielleicht mal in Ausnahmefällen machen, wenn es um so Use-Your-Own-Device-Szenarien geht oder Bring-Your-Own-Device-Szenarien. Das würde ich aber nicht als Standard hernehmen. Gut, gibt es eine Referenz mit allen existierenden Richtlinien, wie zum Beispiel auch für die GPO-Settings? Da bin ich überfragt. Wir haben ja gesehen, wir können im Portal filtern. Deswegen gehe ich davon aus, dass es die nicht extra gibt. Es gibt eine Dokumentation unter docs.microsoft.com. Das sind die möglichen Optionen dokumentiert. Ansonsten würde ich sie über die Suche oder die Filter-Funktionalität machen. Aber ich kenne nicht irgendwie so ein Excel-Sheet, wo die alle drin sind. Mag es aber durchaus geben. Kann ich auch eigene Policies erstellen mit Einstellungen zum Beispiel für bestimmte Programme, Skripte und so weiter. Skripte gehen und über Skripte kann ich dann alles machen, was in den Standard-Settings nicht drin ist. Gibt es denn danach in Azure Intune die strikte Trennung von Computer und User-Policies? Gar nicht mehr ist die Frage. Also auch in der lokalen Richtlinie ist es ja so, dass die Policy ein Objekt letztendlich hier ist, was ich bearbeite. Da gibt es die Computer-Konfiguration, da gibt es die Benutzer-Konfiguration. Wenn ich jetzt hier in der Computer-Konfiguration Dinge konfiguriere, und die auf eine Organisationseinheit anwende, wo nur User drin sind, dann ist sie nutzlos, weil die Computer-Konfiguration nirgends angewendet werden kann. Und so ähnlich ist es natürlich auch unter Intune. Wir haben Einstellungen und diese Einstellungen kann ich anwenden auf Gruppen und wenn es eine Gruppe ist mit Benutzer, dann wirkt es auf die Benutzer. Wenn es eine Gruppe ist mit Devices, wirkt es auf die Devices. Wenn ich jetzt aber eine Einstellung habe, die ein Gerät betrifft und die wende ich auf eine Gruppe an, in der nur Benutzer drin sind, die aber sich an keinem solchen Gerät aufhalten, so nehmen wir an, ich habe eine Windows 10 Einstellung, ich wende die auf Benutzer an, die aber iOS Devices verwenden, dann macht es keinen Sinn. Also wir können wie früher auch Dinge konfigurieren, die die Verarbeitung verlangsamen, die Zeitkosten, die aber keinen Sinn machen, aber es sind keine Gruppenrichtlinien, also das ist ganz wichtig, was ich gezeigt habe unter Intune, Device Policies und Application Policies sind keine Gruppenrichtlinien, versuchen also auch letztendlich nicht die historische Denke da direkt aufzunehmen. Okay, also ist ein neues Konzept, aber letztendlich bietet es uns vergleichbare Möglichkeiten in den allermeisten Bereichen und viel, viel drüber hinaus. So, manche Kunden wollen nicht ihre lokale AD mit Azure Active Directory synchronisieren, sondern nur wenige mobile Geräte mit Intune verwalten. Das kann ich durch eine Synchronisation erreichen. Ich kann erreichen, dass ich letztendlich ja in meinem Azure Active Directory Connect nur einen Teilausschnitt von Objekten synchronisiere und somit nur diese mobilen Geräte im Azure Active Directory hybrid hätte. Das ginge. Kann man mit Intune auch Programme installieren? Das geht auf jeden Fall. Natürlich, das können wir auch machen. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeiten, Apps bereitzustellen. Gut, wir haben gesehen, welche Optionen habe ich mit Intune? Wir haben gesehen, wie manage ich Intune? also das Portal haben wir gesehen und wir haben gesehen die Möglichkeit, welche zusätzlichen Optionen bietet Intune. Ich sagte da, um das nochmal zusammenzufassen, dass wir mit dem Autopilot eigentlich nur das Onboarding machen. Wir sorgen dafür, dass das Device connected ist und alles andere danach kommt über Intune. Einstellungen, Richtlinien, Applikationen, die wir bereitstellen, Applikationseinstellungen und so weiter an dieser Stelle. Gut, damit sind wir schon wieder ziemlich am Ende dieser Stunde. Was mir noch wichtig wäre mitzugeben, weitere Themen und Termine. Wir haben heute um 13 Uhr einen Windows Admin Center Teams Termin verwalten von Hyper-V Hosts. Wenn ihr den Flyer noch nicht habt, manfredhelber.de slash download gibt es den. Wir haben auch schon festgelegt, was wir im Server-Bereich im September machen. Im September geht es dort um das Thema Hyper-V an sich. Gerade geht es ja um Windows Admin Center. Im September geht es um Hyper-V schwerpunktmäßig. Der Flyer ist schon verfügbar unter manfredhelber.de slash download. Also sowohl dieser hier als auch der September-Flyer gern drauf zugreifen. Heute hatten wir das Thema mehr herausholen durch Intune in unserem 9 Uhr Termin. Dieser 9 Uhr Termin geht auch weiter im September. Da wird es vom Fokus her um das Thema des Gerätemanagements gehen. Also nicht nur Intune, sondern auch lokale Gruppenrichtlinien und solche Dinge. Der Flyer wird in Kürze veröffentlicht. Und dann hatten wir ja kürzlich einen WBSC Talk Special. Am vergangenen Freitag war es mit Cosmos Darwin und Samantha Doherty. Wer das verpasst haben sollte, kann sich die Aufzeichnung in Full HD anschauen bei mir auf dem YouTube-Kanal. Also youtube.com slash manfredhelber und auch bei dem Sven Langenfeld unter Sven Langenfeld WBSC. Und dann möchte ich noch hinweisen auf eine Veranstaltung, die wir im September haben, nämlich den WBSC Web Day. Da geht es um Azure Stack HCI. Wir haben viele Hardware-Partner mit dabei, die uns dort unterstützen. Und wir haben spannende Themen. Und anmelden könnt ihr euch jetzt schon kostenfrei unter manfredhelber.de slash webday. Macht das gerne, dann seid ihr mit dabei. Alle angemeldeten User bekommen direkt nach der Veranstaltung Zugriff auf alle Präsentationen im PowerPoint-Format. Da werde ich immer wieder mal danach gefragt. Und auch auf die Aufzeichnungen im Full HD-Format. Und damit sage ich allen, die sich jetzt in Time verabschieden, vielen Dank für die Zeit. Ich habe aber schon gesehen, da ist noch eine Frage offen. Da kümmere ich mich gleich darum. Ich hoffe, wir sehen uns dann später um 13 Uhr wieder für das Thema Windows Admin Center, Hyper-V Management. Da freue ich mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Zwischenrein habe ich um 11 Uhr noch so ein Webcast. Da geht es um Office. Das ist aber kein WBSC-Termin. Trotzdem seid ihr da herzlich dazu eingeladen, wenn es euch interessiert. Und um 13 Uhr dann Windows Server. So, und jetzt sehe ich hier, kann ich mit Intune auch Start-Skripts einbinden, Netzwerk, Shares, Mappen, Dateien, auf den All-Users-Desktop kopieren. So etwas könnte ich skripten. Ich kann also auch Skripts anwenden. Ich könnte erreichen, dass dort an den Geräten Einstellungen vorgenommen werden. Es ist im Prinzip wie bei den lokalen Gruppenrichtlinien. An der Stelle, wir haben Hunderte und Tausende von Settings. Und wenn es eine Setting nicht gibt für eine Option, dann habe ich immer die Möglichkeit, ein Skript anzuwenden, was mir dann die Einstellung irgendwie vornimmt. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Ich bin auch da, falls es Fragen gibt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Genau, sehen wir uns später um 11 und um 13 Uhr. Und wenn es jetzt noch Fragen gibt zu Intune, gerne den Chat nutzen. Ich bin noch ein paar Minuten online. Und allen, die sich verabschieden, sage ich einen schönen Tag und bis später. Tschüss.